Musik So, schauen wir mal, wie oft man sterbt. Drei Truhen, zwei Fragmente, ein Geheimnis. Ich glaube, da geht's wieder in so einen Stollen. Jupp. Genau so ist es. So, diesen blöden Tentakel-Dingern sind wir erstmal erfolgreich aus dem Weg gegangen. ... Ah ja. Wisset ihr, was das gibt? Das gibt wieder so einen... So einen, 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 so einen! So eine Piratenhöhle gibt es hier wieder. Werde sehen! Blödes Tentakelviehzeug hier. Ups, und da ist immer getroffen worden. Jetzt haben wir noch dieses Stachelfiehzeug. Ähm, ich brauche dann mal Luft. Im Idealfall. Huiuiuiuiui. Ach ne, ne unterirdische Tempelanlage gibt's ja. Okay. Aber trotzdem bewacht. Wie's aussieht. Ehh, cool. Ach, ich muss hoch, okay. Wir sollten nicht hier sein. Wir sehen hier, dass wir in einanderer drin sind. Get you back here! Bats! Bats! Wir sollten nicht hier sein. Wir sollten nicht hier sein. Äh, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Scheisse. Na! Sprrrrriiing! Brot him in my sight! I have chat! That will not work. I will catch you! Scheiße. Ich hab doch Verteidigung gedrückt. Es wäre schön wenn es manuelles Speisern gäbe. Aber seid ihr mit leider nicht? So, dann waren wir auf Schwabräumen hier, ne? Ah! Ah! Geh doch! Ah! Nee! Nee! Houch! Hallo! Ah, geh doch! Wenn du bist! Ah! Yippie! Da ist es doch! Da ist es doch! Und da ist das Schatzkartschen! Ah! So geht das! PADAM! Gelöst! So, jetzt müssen wir wieder zurück! Ah! Geil! Oh Gott! Stimmt ja! Da gab es ja Mutlisen! Genau! Guck mal! Sag dir den Tag zu, Fetten! Jaa, jaa, ja! Fetten an das Ruder! So, dann wollen wir mal, ne? Mir juckt es ja in den Fingern, aber ich lasse es mal. Ich lasse es einfach mal nicht. Ja, ich weiß, wir könnten Material sammeln, aber ich will jetzt einfach nur zur nächsten Mission. Ich denke mal, es gibt noch genug zu kämpfen. Segelrechts raus aus der See! Alba Wind, Männer! Beruhigt sie! Blackboard Schacht! Ja! 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 Ja, Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich meine Befehle Wort für Wort zu gefuckten, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum sie zu hinterfragen. Ich bin diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's all. Aufgeilen! Segelreffen! Die Segel setzen! Leicht vom Wind abfahren! Dicht hoch! Fahr zu legen! Kommen wir zur Sache! Captain! Bist du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Schiff funktioniert! Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken... ... fahre ich es! Um Himmels Willen, tu es! Hm... Ah, schau mal, ob wir das hinbekommen! Oh, mein Gott! Wir werden uns in dieser Nacht so großartig finden! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Ähm... Soll ich mich in Kämpfe vorwickeln lassen? War das als Bedingung oder war das optional? Ja, Herr! Alles in Ordnung, Herr! Wir warten nur an der Hoffnung, dass unser Niveau, Herr Alnirant, erhebastet, bevor wir uns zerbrechen! Ah! Und ich glaube, dass einer unserer Niveau, die Merkanten unserer Flotte, ... ... ... ... ... ... Das war dann wohl optional! ... ... ... ... Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Danke, mein Mann. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das wird es tun, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ah, pardon! Ahhhhh. Ich hätte schon gefragt, aber wir haben eine Schlaufe von Karten, in Salvador und São Paulo. Wann ist er denn mit der Schule? Oh nein! Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, Herr. Aber es ist mir egal, Herr. Sie reden hier russisch, das ist doch kein Portugiesisch. Alles gut, Herr. Alles gut, Herr. Es ist mir egal, dass ich ein Verwaltungsgericht habe. Danke, Herr. So, okay. Halt, warte. Lass doch mal. Ohhhhh. Lass doch mal. Ja, genau, das sollste machen. So, und wir hier diesen. Ehhhhh. Kriegen wir das jetzt hin? Hard-up, muss auf. Genau, so. Jetzt gehen wir hier hin. Lassen wir ihn zu hoch. Schmeissen. Lassen wir ihn zu hoch. Schmeissen. Na, geh doch mal auf den. Auf den. Auf den. Auf den. Auf den Dingen da. Awww. Maaan. Hä? Wieso ist jetzt immer noch ne Waffe irgendwie im Spiel? Ja, Herr. Ich bin logisch. Ahhhh. Endlich. Ahhhh. Hast du die Flagge? Ei. Wir haben sie schon gehört. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei. Die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor Neugierigen aufschützen. Das ist der K. Portugiesisch. Das ist der K. Portugiesisch. Er ist ne Geistat. Ha! Mehr Segel. Alles was wir haben. Rimmung lockern. Topsegel retten. Die Segel setzen. Auf geht's. Segel retten. Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Hm. Vielleicht solltest du ein Land gehen könnten. Nidl. Mach ich. O blie muss. was die Saddust. Das ist ein Flugzeug. Das ist lieber. Das ist neben dem Schiff. Der Säbel. Zeige sich das Land zu schiffen. Berlin. Ich bin nicht sicher. Dotte. Ja. Wir sprechen mit dem K.fuß. Das war's für heute. Oh Ich habe eine Geschichte über ein Spaniel, die uns zu besuchen. Oh, 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 oh. Por muito que amaldiçoe a marinha, a verdade é que nos... Pesas mesmo que tu nos consegues testar? Nein, nimm! Nimm! Na, lass mich doch mal vorbei hier! Nehmen wir die Fichte, die sie an Land zogen, bei voller Leere am Pult. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr vom Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Brise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Nicht tot! Fahr zulegen! Leicht vom Wind abfahren! Leesegel setzen! Aufgeilen! Segel retten! Scheiße! Muss man sich ja durchzwirbeln hier! So! So! Mach dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit! Aye! Genauso würde ich es machen! Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein! Gut beobachtet! Die erledige ich zuerst! Das ist, die Schiff. Das ist jetzt so schwierig. Ich bin nur noch das Schiff und die Schiff. Das ist ja nicht so schwierig. Wir sind so schwierig. Ja klar, der schießt an mir vorbei. Okay, der trifft natürlich. Ja klar, 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 der trifft natürlich. So, da stürzen wir uns mal ins Gefächt. Ach, ich soll mit dem Flaggschiff entkommen. Ach so. Also bist du euer Senor. Ich weiß, ich muss halten. Feuer! 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 So, jetzt ist der Torbomb. Na, das nächste Feinfeier. Feuer! 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 Keine Gnade für dich! You've gott an den Wegstern! Feuer! Feuer! Uhhh... Oh, kann ich kein Goss geben? Let's not let out! Feuer! 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 Aaaaaaah! Feuer! Darf ich jetzt mal um die Gas geben und entkommen? Aha, nein. Okay. Ich glaube das ging um ganz übelst hares Breite hier gerade nochmal gut, weil wir sind fast zerpflückt, sag ich mal. Wir fallen gereicht auf... Aller, 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 allerletzte Woche. Ah, jetzt haben wir wieder die Gesundheit dazugekriegt. Ehhhhh... Wie ist denn die Gesundheit dazugekriegt werden? Ja. Was sind wir doch eigentlich? Ah, ja. Hat mich mal in das Lacko gesauert. Ah, die Templer waren fleißig, wie's aussieht. Lauren's Prinz Blut. Wertlos. Woods Rogers, Ben Hornigold sogar tolles selbst. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken, oder hilfst du mir es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Blackboards Schachzug. Abgeschlossen.